Hallo Extra-Tipp-Freunde, wir machen heute den großen Extra-Tipp-Dschungeltest. Würden die Kasseler diesen kleinen, süßen Mehlwurm essen? Und den Anfang machen wir heute bei uns in der Redaktion. Wie kommst du da? Wie sind die großen oder die kleinen? Sind die alle gleich großen. Da hast du ja auch schon. Nussig. Der Extra-Tipp-Dschungeltest wird präsentiert vom Zoohaus Süd. Ob Fische, Reptilien, Spinnen, Vögel oder Kleintiere, das Zoohaus Süd in Kassel ist ihr Experte für Aquarium, Käfig und Terrarium. Das ist doch schlimm. Und jetzt richtig kauen, genau. Ja. Viele Proteine. Super. Neh mal, hier ist eine große. Oh, Platznerich. Aber geht? Nein. 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 Nein, um Gottes Willen. Nein. Eww, nee. Nein. Ach komm. Oh Gott. Einen davon essen. Nee. Kein Problem. Ja. Ja. Hast du denn was? Ja. 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 alo. Ich schmecke nach gar nix. ich bin eine große schmeckt gut ja die schale bleibt so ein bisschen immer nur wenn du dabei bist einfach essen ja sie kriegen hast du denn haustiere oder was ist das das ist ein Mehlwurm ich packe mir das Mehl lieber und mache einen Kuchen draus brauche ich keinen Wurm drin ist ja eklig sympathischen Eindruck hallo ich will auch einen ratzen los ja wegen Nuss da ist keine Nuss drin das sind Tiere das sind Waren ich platz auch einen wollen wir gleichzeitig einfach das ist echt ekel ja ist runtergeschluckt ja hier ich hab die Lehm verschluckt das trinke ich jetzt nicht um ui was ist denn das Mehlwürmer nein nein auf weg ja ist klar das ist mir zu äh lebendig ist das lebendig ja oh ne ähm come on ne 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 das geht nicht das geht nicht das kann ich nicht überwinden ne du 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 ich kann da gar nicht hin gucken ja nein aber nicht so einer die so noch so gerne lebt hier meine frau wird mich hassen dafür ey Soll ich hier einen Namen vorher geben? Kriege ich jetzt einen Stern?